Balken durchziehen oder so, ne? Das kann man nämlich voll gut in diesem Apotheken-Ding machen. Dann kann man so ein Apotheken-Kreuz reinmachen. So, drei Blöcke breit so... Da... Da... Da geht das irgendwie nicht. Warum geht das hier unten nicht? Oh. Guck mal, hier unten geht das nicht. Warum geht das hier nicht? Keine Ahnung. Das ist geil. Ja? Aber so ein bisschen schwarz kannst du nicht machen, ne? Doch, mach da schwarz rein. Das ist viel besser. Und das rote muss da oben wieder weg. Guck mal, die Mikro wird hier oben in der Ecke versteckt. Ich frage mich, warum ich das hier nicht machen kann. Warte mal. Warte mal. Geht das jetzt? Nein. Ja. 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 Dann kannst du ja ein paar davon reinziehen. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Ja. Kannst du die farblich auch nochmal so markieren? Ja. Ja. Mach ich gleich. Egal. Hast du auch so einen braunen Ton? Ja. Ich glaube nicht. Du bist nur hin. Arbeiten. Ja. 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 Wasங. Jauer. Jocha wir zuyenne. My goodassトitel. Koi meine Auto sind ein bisschen Unlessle. Ja. Ge Ray ge. Ich brauche ihn vorher. Mein wurde reflektiert. Ich werde mich hinter kohlen. Bei. portraitiert moistur. Amgen 80. Amgen 10. Amgen 10. Amgen. Arg, arg, arg. Oh Mist, das ist die falsche Stelle. Ich frage mich, ob das funktioniert so wie es möchte. Ähm, was ist hier? Der Autochip? Was? Ist das der Autochip? Ich glaube schon. Ja, direkt mit her. Kostet mich 100. Ja. Und jetzt, ist der sofort da drinnen oder hab ich den im Inventar? Ne, da. Wie mach ich das jetzt? I'm not sure. Hm. Vielleicht rechtsklick auf dein Auto? Äh, platzierst du es und du hast am Rechtsklick mit dem Ball auf dein Auto? Hab ich probier, das geht aber nicht. Ah, warte mal. Andere Idee. Warum soll ich eigentlich die ganze Zeit laufen? Ich hab keine Ahnung. Nein, so geht es auch nicht. Hm. Ähm. Hast du nämlich so viel Zeit lassen, wie du willst es mir eigentlich? Scheißegal. Ja. Ja. Wie funktioniert das? Ja. Ich bin da irgendwie zu blöd für. Aha. Das funktioniert mich hier gar nicht. Hä? Nein. Oder vielleicht ist das ja wie ein Player an uns Battleground durch einsteigen muss. Ich habe gerade bemerkt, dass ich Licht habe in meinem Auto. Geht das automatisch an? Ne, mit Linkstick. was muss man machen direkt neben dem ding also du kannst dir da kaufen bei dem piet ja und direkt daneben ist ein kleiner roboter direkt daneben da kannst du es dann reparieren ich hatte es mal früher gemacht aber ich wusste nicht mehr wie es genau ging ha ha So, wie machen wir das mit der Plantage, Senor? Also mit dem Auto hier rumfahren? Nee, ich wollte eigentlich nur mal eine Lampe reinschmeißen. Ja, ja, ist aber... wäre lustig denn... Von der Länge ist das ja eigentlich... Warte mal, wir können hier... Es tut mir leid. Ich krieg das hier abgewöhnt, das ist genauso blöd wie LOL. Ja, irgendwas brauchst du, ne? Irgendwas muss sein. Ähm... Wir können hier... Ich würde... Wir wollten hier die Apotheke reinsetzen, ne? Ja. Die muss ja nicht so riesig sein, da sind ja nur ein paar Sachen. Ja. Sollen wir das so machen, wie es bis jetzt hier eingeteilt ist? Also bis hier hin, wirklich so? Von links bis hier hin? Äh... 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 Hier könnten wir theoretisch auch noch, äh... Neben der Apotheke noch die, die, ähm... Das, äh... Den... Den... Näher da hinbauen, die, äh... Die, äh... Spindel... Zum Nähen, oder? Ja, können wir auch da machen. So, da oben drüber. Und so dann... Sollen wir ein... Sollen wir ein Steindach machen? Oder Erddach? Stein. Die Erde sieht ein bisschen komisch aus. Wir bauen mir noch nicht ganz den Boden weg. Oh, ich muss schon wieder was essen. Ich bleibe auf, wir müssen nicht erst mal das Feld hier anbauen. Ne, ja. Es geht schnell mit dem Essen hier. Ah, ne, die Idiot, die Küche ist ja jetzt hier unten. Ah, dauert wieder irgendwie 10 bis 20 Folgen, bis ich mich daran gewöhnt habe. Ah, man ist ja gewohnt, dass du verpeilt bist. Wow. War jetzt nicht böse gemeint. Wow. Ich hätte jetzt hier beinahe einen Fehler gemacht. Was denn? Beinahe einen Kühlschrank abgebaut. Warum denn den Kühlschrank abgebaut? Weil ich mit Dings-Tickets auf das Ding zugreifen wollte hier. Ja, ich war jetzt einfach nicht gerade sehr schlau. Okay. Oh. das haben wir ja nicht hier schade haben wir irgendwie so Deckenleuchten? könnten wir eigentlich gut gebrauchen ich glaub nicht mehr ja Iron Spotlights brauchen wir ich hol mal Eisen ja ich glaub ich hab noch ein bisschen was warte mal jetzt hat es aber gepasst das ist Silber aber das kann direkt mit runter das Lager ich suche den auch wir hier einen Spotplatz haben ja sieht nicht so aus jetzt hätten wir bei den ganzen Laboren vielleicht da abbauen können ah egal das heißt wir müssen demnächst nochmal ein bisschen Eisen durchforsten also die Eisenwälder durchforsten ja ich hab nicht mehr viel Eisen 24 Eisenbahnen die werden jetzt alle drauf gehen für die Lampen und danach haben wir kein Eisen mehr das heißt tut ich nicht sehr gut wie da schön meinen natürlich wollen wir meinen kann das sein dass wir gar keine dass wir hier nur noch Zutaten im Schrank haben ok Schack ja aus dem kannst du aber wunderbar essen machen ja nicht wirklich viel äh nicht wirklich viel wenn ich es richtig verstehe fehlt uns hier einiges guck doch mal wieviel Karotten wir haben und Tomaten ja was kann man aus Karotten machen Karotten gekochte Karotten Roasted Carrots zum Beispiel die hab ich ja nicht gesehen im Herd kann man nicht so viel machen ne warte mal der Herd äh das ist das gleiche wie dieser Stoven der Herd ist genau das gleiche wie das Lagerfeuer oh egal also ich wollte nur sagen genau das gleiche du könntest hier auch noch Gerichte mit Karotten machen dann musst du nur guck 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 einfach hier oben dann musst du einfach nur alles den Präsenzen nachgucken dann kannst du schön was feines kochen ja aber vieles davon haben wir gar nicht guck guck doch mal eins nach hinten ob wir es wirklich haben und weil dann ziemlich viel Scheiß kam das ist okay er war so sehr ja wir sollten hinter und rein also für Prozent Prozent für vernichten ja ich ja ich wir wollten hier recht auf dem Feld weil ich wollte nämlich nein so dass wir sagen wie bis ungefähr hier hin Apotheke und das Spinnrad machen können ja gut ich weiß nicht wie weit das muss ja nur eine kleine Ecke sein wo war denn eigentlich die Kiste wir sagen die 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 du letztens noch gelootet hast hast du ja gesagt dass sie noch in der Kiste die ganze Zeit war ah die war unten die ist schon jetzt weg die war hier irgendwo in dem Bereich wo du die Bibliothek ist achso ok so nah einfach direkt ja aus welchem Auswehr machen wir die Apotheke hast du einen Vorschlag dafür? ne Moment ich will eigentlich dafür dass wir die aus demselben Material machen wie die Küche nur halt dann in einer anderen Farbe rot oder so oder? ok ok ach ja Ja, das war alles. auch die Gäste ist erlaubt weil ich will die Geräte stattgefunden worden weil wir auch hier auch wieder oder aufgrund ja und dann nur eine Hintergrund Aber du musst noch ein Stück da oben weiter weg. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.